AHHHHHHHHH AHHHHHHHHH AHHHHH Und was noch? Brackets Woodlocks oder Woodplanks? Beides Woodplanks, Woodlocks ja, nur beides Hier liegen vier Woodlocks, kann man gleich nutzen, ne? Für, äh Für die Woodlock-Dinger da Kannst du mir mal, äh, hier so Irgendwas droppen, so'n Metal-Bracket oder so? Warte, ich bin gerade auch noch alles am durchdiskauen Warte, ich bin gerade auch noch alles am durchdiskauen Oh, vier Rezepte noch Ja Sieh hier ein Problem Ja, warum? Wir haben nirgendwo hier Wasser in der Nähe Doch, rechts ist aber die Straße, das ist so ein See Ja Klar Na klar Soll ich den Drop-Achalin? Metal-Bracket oder Nägel, eins von beiden Und wir stellen einfach die U-Collectors auf dem Dach, dann haben wir Wasser jeden Tag Ja, hier so'n Rucksack-Craft Ja, perfekt Nur, ähm, der Kunde, ne? Nur, ähm, der Kunde, ne? Für die Besse, was du da hast, kann, ne? Ja, danke Ja Auch nicht Oh Da lustig ist, ich hab Haunschuhen, die werden gar nicht angezeigt hier, im Game Finde ich Ego-Perspektive hab Ich kann den Woody-Anzug selber herstellen jetzt Äh, den Wookie-Anzug da Ah Der geht aus Spool of Twine, Scrap of Clothes und Duct Tape Hat immer noch so'ne Branch, so'n großen Holz-Dingsbums Hast du mir jetzt schon die Zutaten von der Deck-Foundation gesagt? Äh, noch nicht wartemd Discover, du erst mal Deck-Foundation Ja Ähm, Woodlock 4 Stück Ach, hab ich noch Woodlocks Nägel und Metal-Brackets Keine Woodlocks mehr Ah, Discovery Woodlock Metal-Bracket Nägel Und Plank Foundation Expansion ist da, ne? Ah, ne, ist hier weiter Hat nur einer Scrap of Clothes oder so? Habe ich noch einmal noch Zwei Habe ich noch einmal noch Warte eben ah jetzt weiß ich alle noch da ja ich glaube die weder hier ach halt fest ich hab kein platz das ganze discovern immer scheiße so deck foundation ne 4 wood locks, 16 wood planks, 20 nails, 8 metal bracket wenn ich die wood planks hier drop bleiben die dann liegen ja aber nur für eine gewisse zeit wie lange ungefähr? 5 bis 10 minuten 20 wood planks brauchen wir für die foundation ne du hast 4 wood locks ne? ne, wood locks habe ich gerade alle verwertet ok dann lass ich meine wood locks und ich seit alles hier neben diesen abgehackten baum dann vielleicht schön sehen mhm, sonst reicht das natürlich wie gesagt die 4 wood locks bald hier kannst du die gleich direkt benutzen ja dann stell ich jetzt nur wo die planks her ne ja aus Verblüter hm 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 Äh, 5 10 Dann 6 Stück noch Aus einem Bootlog kommt ein Bootplank, ne? Nein 2? 2 Und auch bitte 3 Bootlogs jetzt im Baum, jawoll Das ist mal afk, das ist hier aber ausgelockt Hast du deine Bootlogs hingelegt, Janine? Jetzt Deck Foundation, warte mal 4 Woodlogs 1, 3 Oh, hier sind schon wieder Woodplanks verschwunden Ne, die liegen alle hier Die liegen nicht zu nah aneinander Brauch mich mal mit Gewehr testen Ist gut Jo, ich hab die Deck Foundation Gib mal einen Fall wieder, du Drecksack Wo soll ich die hinstellen? Hier auf die Fallfläche? Mach was du meinst Achte nur auf die Bäume, die abgesicht wurden Kann man die drehen? Ne, du musst dich anders hinstellen Was passiert denn, wenn wir das in nem Gesicht einen Baum stellen? Ach, kann ich auch gar nicht über den Abgesicht einen Baum stellen Ich muss sie jetzt quasi so leicht schrägieren, stellen wie in den Bäumen Ist das euch einfach? Ähm Du musst an den Griffmater Ah, klasse Wir müssen uns aber allen, weil die Erd-Zombie-Wellen kommen schon wieder her Die Armbrust ist richtig geil, ey Also, ich stelle die jetzt einfach hier so leicht schräg zwischen die abgesichten Bäume, ne? Weil die direkt an der Deck Foundation quasi vorbeigehen nachher Wir müssen dabei jetzt auch noch was draufbauen und so, ne? Ich würde sagen, wir bauen als nächstes direkt da so, äh Keine Rampe, sie sind auf jeden Fall bauen Ne, keine Rampe, lass uns erstmal Treppen machen Rampe können wir bauen, wenn wir, äh Autos haben Steht die so okay oder soll ich das rückgängig machen? Wie rückgängig machen? Du kannst dich jetzt da draufstellen und eh drücken Dann machst du da rückgängig und kannst die nochmal neu hinstellen Echt? Ja Oh, wie geil ist das denn? Äh Ich würde sagen, die steht gut so, ne? Ja, dann ist die zwischen die Bäume auch so ein bisschen noch versteckt hinterher Können ja immer noch erweitern hier lang so lang aus Und die geht in die eine Richtung so richtig schön hoch Wir sind nicht sichtbar von der Straße aus Ja, ist eigentlich gut hier Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr, mehr Metal-Dingus und sowas Oh, wir gucken, dass wir uns auf jeden Fall auch hier direkt drauf so ein, wie heißt das? Ich würde sagen, wir brauchen jetzt als erstes heute erstmal hier die ganze Wände und so eine Tür Und vor allem wirst du erstmal die Treppe herstellen Muss hier nur ein einziges Teil draufgestellt werden, damit das Weiß ich nicht, weil die anderen Gegner sind ja schnell kaputt, ne? Ich glaube, wenn man was draufsteht, dann geht der nicht so schnell kaputt Also die Woods, die Foundation Stairs gehen aus 20 Planks, 12 Nägel und 4 Brackets Ja, dann müssen wir jetzt runter gehen und suchen Also, wie viel kannst du überhaupt noch herstellen, Stefan? Sagen wir mal so Was denn? Für die Treppen, für die Foundation Stairs Ähm, kannst du noch 4 Brackets herstellen? Metal-Bracket könnte ich noch 4 Stücke herstellen, ja Mach doch schon mal, dann haben wir die Schmolle Oder hast du noch welche Süße? Ja, ich hab gar nichts Dann erstell schon mal 4 Stück Guck mal, wie viele Brackets ich hab Einen hab ich noch und stelle ich 3 her Genau Und dann brauchen wir als nächstes 12 Nägel So, Nails hab ich keine mehr 12 Nägel dann 12 Stück? Ja Also 3 mal herstellen, ne? Quasi Nägel hab ich Gut Alle, also alle 12 Ja Ja, dann brauchen wir jetzt halt nur noch Dann lass doch jetzt kurz machen Äh, 20 Wood Planks 20 Wood Planks Ja, aber ich brauche einen Rucksack, ey Hallo 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 So gut wie, wir brauchen nur noch Holz Echt? Ja, ich fäll auch hier schon mal Aber muss gleich einen anderen aufheben Ich kann ja schon mal herstellen Ich kann ja schon mal herstellen Wo? Gut Danke So, 6 Wood Locks Das gibt 12 Wood Planks Wie viele brauchen wir? Warte, ich kann auch noch hier ein paar herstellen Ich hab, äh Ich hab jetzt hier 8 Dinger liegen Warte Da Was hast du? Soll ich die an? Nö, kann ich auch Ich hab mal wo an Nö Das war aber gerade der Fette Von SoTrue Der hat, äh Ja Welche wir euch bauen Die Structure Stairs? Nein Ähm Fundations Stairs Ja Struck, das Stairs, ey Diesen Pfff Was machen wir denn? Stairs oder Rem? Boah, ich hab nur Larkampenbauen Nein, hab ich gesagt, Larkampenbauen